so sieht es aus da sind wir wieder euer luca und euer teute und der luca 5 jetzt suchen der hatte schon wieder erfunden was soll ich euch dazu sagen der reinste wahnsinn noch nicht das machen wir gleich zum schluss wieder ich sag's ja irgendwann sind die fingernägel ab oder die fingern ganz gebrochen so ging nicht auf ich weiß auch warum ich glaube ich so stopp tüte nummer fünf haben wir liegen da brauchen wir unsere anleitung und wir brauchen noch die kleine zange junior 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 erst die tüte an die seite und dann machen wir auf was bauen wir überhaupt weißt du das noch einen was bauen wir noch da gucken kann ich auch einen fendt f20 diesel ross so mit mehr werken so dann suche man tut die tüte nummer fünf tüte nummer fünf ach du heiliger mann das heißt wir brauchen jetzt unser kleines teil tüte nummer fünf an die seite und jetzt wird es interessant vorsichtig da habe ich mal dahin so 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 hoffe ich na du hältst nur hin jetzt da bei bei nummer eins jetzt bleiben wir ganz vorsichtig da rein na weiter hoch warte warte langsam zu machen langsam zu machen langsam jetzt super warte papa dreht warte nein 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 nee du machst das bitte vernünftig so und knipp weg super wo ist er hingeflogen hast du nicht nach da ja nach da toll einmal ein licht anmachen dann gehen wir mal bitte suchen ja hoffentlich liegt er jetzt hier irgendwo ja hoffentlich liegt er jetzt hier irgendwo ja ich auch nicht ich habe ihn wo war der liegt hier hinter der tastatur ach so joh jetzt habe ich was ich kriege lass das nicht mal bitte an warum weil das besser ist dann sehen wir sind sieht man uns besser so wie komm so nun in wo ja also ja 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 Ja, du kannst jetzt gleich hier abkneifen. Ich mache eben das ganz kleine dünne Teil hier. Ja, aber wie süß ist, wie ich das kleine sehen kann. So, komm her. Ich bin hier. So. Ein bisschen aufpassen. Der andere war da. So, jetzt gucken. Da. Und Knips. Mal aufmachen. Und aufmachen. So. Jetzt. Warte. Papa hält den hin. Ich sag dir wann. Jetzt langsam. Warte, warte, warte. Einfach unten rauf. Ganz langsam knipsen. So, jetzt müssen wir nochmal. So, jetzt müssen wir nochmal. Warte, dass das hier ist. Ne. Hipsen. Ja. Jetzt. wird er nicht. Warte mal. Warte mal. Ich muss jetzt mal was gucken. So. Okay. Fertig. Du warte, den zieht man hier. Ja, das ist egal. Mein Hasi. So. So. Wir brauchen das Teil jetzt. Weil da kommen die ganzen Sachen drauf. Boah. Okay. Nummer eins. Was ist denn jetzt hier? Also ich würde sagen, wir fangen mit dem hier an. Darf ich die nochmal haben? Ja. 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 Welche Doba war die? Ja. Welche Doba war die? Welche Doba war die? So. Ach die? Das ist deine Doba? Ja. Kannst du mir mal? Ja. Die. Ach shit. Nein. Da oben die silberne Zange geben. Die silberne. Nein. Nicht die. Die silberne. Die Pinzette. Genau. Die. Meine Güte. Das nächste Teil runtergefallen. Ich könnte schon da brechen. So. Am nächsten vielleicht. Luca. So, brauch deine Hilfe. Da unten nicht irgendwo jetzt ein grünes Teil. Ich weiß nicht, wo es hingefallen ist da unten. Hol doch mal deine Taschenlampe, die du hast. Hol die mal bitte. Da, da, siehst du das kleine grüne Teil? Ne, heb's doch auf, bitte. Ich halt das Licht. Nein, ich brauch es nicht. Nein. Wo hast du das hingefallen? Da. Anstatt mir das bitte in die Hand zu geben, Luca. So. Einmal. Wo kommt das Ding jetzt her? So, das Teil kommt von da, der ist auch schon gut angeknickst. Und wo kommt jetzt der kleine Mistyne hin? Hä? Okay. 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 So, das kommt da hin. So, aber wo kommt das ganz kleine Teil denn? was? 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 Das ist schon wieder ganz schön tricky hier für mich. So, vielen Dank. So, jetzt machen wir das Teil noch drauf. Und was? Kommt das denn dann jetzt schon? Kommt das denn dann jetzt schon? ein frohes neues wir wünschen euch noch einen schönen tag und wir sehen uns morgen früh wenn es heißt advent na und wenn es dann heißt na 2022 tücheln nummer 6 und vergesst nicht abonnieren dazu lassen wenn euch die folge gefallen hat und die glocke dazu aktivieren damit ihr auf kein video und euer luka